Dem er hat es bei Dortmund rasiert, so als Lewandowski ablöse. Das wäre auch verrückt. Habt ihr City heute gesehen? Ach du Scheiße. I'm not only. Bro, was war das für ein Tor? Thomas Müller. Hallo? Ich habe gerade von Thomas Müller skopped gegen Tomas Müller. Ja Chat, es war aber auch unglücklich. Weiß ich nicht. Bitte keine Clips machen. Was soll ich da machen? Müller skopped. Ich habe so krass Durst irgendwie schon die ganze Zeit, weil ich nichts getrunken habe.